ja und was geht aber zu einem neuen video und zwar zur nächsten folge oder zu einer neuen folge am morgen aus und das ist jetzt die erste runde ich hoffe wir werden imposter oder high cream crew made aber dachte ich mir schon fast deswegen erfülle deine aufgaben ja ach nee hätte ich jetzt nicht gedacht wir gehen als erstes mal runter ins lager und verdrahten hier den kram und wieder diese kabel Prozent kraftiert hier die spielergeschwindigkeit ist auf jeden fall sehr langsam eingestellt mit der warum jetzt schon wieder warum jetzt mal gucken was jetzt kommt was für hey braun oder wer ist hey was für hey braun also ich verstehe doch wirklich gar nichts muss ich sagen was hey braun ist doch dann echt oder nicht weil ich bin ja dunkel zugesehen oder dich ich komm keine ahnung ja die gaben ekelhaft können leute in diesem spiel wird das ein digger vor allem warst du ich digger ich bin noch hochgegangen zu dingen zu kaufeteria digger 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 perfekte ich bin noch nicht so doof dafür ne security was ist das also der feierzeit ja digger also nicht wundern wenn ich irgendwie mittendrin irgendwie mal stehen bleib oder so das das ist ganz normal meine tatsatur ist ein bisschen doof lagerantrieb und antriebladen her und jetzt kommt jetzt gleich hier runter alles klar oder zwei leute sind tot alles klar ja gut da bin ich ja gerade erst hingegangen da bin ich ja gerade ist hin Sand nicht braun Sand nicht braun was was Schroger Blamey for World ist der Tremel ja aber ich bin jetzt echt ein bisschen verwirrt wer ist denn jetzt also ich nehme jetzt einfach gelb ganz stumpf ich nehme es einfach mal gelb weil ich meine ich hätte ja auch nicht sein können weil ich war ja da überhaupt nicht oho durchgespielt ich habe manchmal muss ich auch ein bisschen länger gedrückt halten kann ich nicht schon einfach hier hinten kann ich nicht warum ist jetzt hier I'm kidding me weiß jetzt sieht die Tür zu machen auch hier vor Dankeschön also das ist jetzt stressig Digga weil ich meine der ähm Pinke oder so keine Ahnung ähm der kann ja bezeugen dass ich es nicht war weil ich war ja da oben weil ich bin ja da erst hingelaufen und er war ja hinter mir ähm hätte schwimmen können nix ist das aber irgendwie passt das nicht ja perfekt Digga oder er spielt dieses Spiel für drei Jahre mal ne keine Ahnung Digga das ist halt irgendwie grad echt ein bisschen schwierig so äh herauszufinden wer der Impostor ist Stimmt ja von security wobei doch von electrical nach security und dann wieder runter in electrical ja aber und 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 was ist das passiert ja jetzt gesagt gibt ich auch so schlecht so schlecht wirklich der ist es halt nicht mal jetzt hat er auch noch gewonnen ja so schlecht so schlecht so schlecht leute ich würde sagen wenn es die folge gefallen hat lasst gerne ein like und dann ab oder aktiviert die glocke um nichts mehr zu verpassen würde mich sehr freuen und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder haut rein bis zum nächsten mal bis dahin tschüssi